Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die. Hallöchen. Oh, Jasmin ist auch wieder mit am Start. Wir müssen Sement machen. Weißt du, was ich mache? Nö. Pass auf, mich nervt. Du nutzt ja eine Schmiede für Patronenhülsen, eine für Geschossspitzen. Äh, vielleicht wäre es ganz okay, wenn wir noch eine Schmiede bauen. Ja. Noch einen Betonmischer, die separat stehen, wo wir quasi nur den Bodenbelag machen. Äh. Ja, Bodenbelag. Wir machen den Bodenbelag. Genau, wo wir Teppich herstellen und sowas, ne? Ja, ja, ja. Vinyl und sowas alles, okay. Genau, für eine wunderschöne Wohnung. Äh, wir brauchen nämlich Bruchsan, kleiner Stein Zement. Da hätten wir 2000, aber wir haben kein Zement. Ach, das ist jetzt doof, das abends ist. Äh. Oder eigentlich Lust, äh, Nitratsammeln. Haben wir noch Pflastersteine? Ah, dann würde ich das drüben bauen. Wollen wir gucken unten. Äh. Kannst du doch herstellen, selber Lehm und Stein. Ja. Das hab ich gehört. Ach, ähm. Oh, oh, Jasmin. Äh. Äh. Ja? Mein Gehirn funktioniert gerade nicht so, wie ich das möchte. Aber wie immer. Ja, es hat sich nichts geändert. 84 und jetzt noch mal 16. So. 1000. Äh. So. Was mach ich denn da überhaupt für ein Blödsinn hier? Pflasterstein. Im Erste-Hilfe-Kasten haben wir keine mehr, ne? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Schisspulver. Schisspulver. Dafür brauchen wir Kohlen. Hast du denn Kohlen? Ne. Deswegen ist das jetzt ein bisschen doof, dass das abends ist. Das ist ungünstig gelaufen. Hm. Dann würde ich sagen, das hier kann ja schon mal so weit hochgebaut werden. Wann. Ach ja, die Nachtphase, ne? Also geht das jetzt hier schon wieder nicht. Romantische Bauabenteuer in der Nachtphase. Beim Mondschein. Romantische Bauabenteuer in der Nachtphase. Irgendwas ist das stimmt auch hier nicht. Hi, hier war ein Käfer. An mein Näschen. Ah ne, ist ne Fliege. Komisch, ich war letzte Woche erst duschen. Wieso geht das jetzt hier nicht? Was, äh? Irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht. Nee, ich kann diese beiden hier nicht aufwerten. Der macht gar nix. Hm. Das ist mobil. Nutzt du zum Aufwerten immer noch den Klauenhammer? Ja. Wir haben eine Nagelschusspistole im Keller, ne? Nein. Soll ich nicht. Nagelschusspistolen. Warum geht das hier nix, gar nix? Äh, jetzt? Das ist interessant jetzt, um zu hören, wie du dich da aufregst. Ja, ich krieg da schon wieder, jetzt ein Ding krieg ich hier nicht aufgewertet. Was ist denn das? Ein Spiel, Jasmin. Es ist nur ein Spiel. Ja, trotzdem, so jetzt. Mein Gott. So. Ja, wie wollen wir denn, wenn da die, angenommen, da würde der Boden hinkommen. Auf der Höhe. Gehen wir denn hier auch so hoch? Achso, doch, ja, prinzipiell schon, ne? Wir brauchen halt noch so'n... So. Schon wieder... ...ein zu nennen, ey. Äh, Beton. Beton. Äh, ich habe prinzipiell einen Denkfehler gemacht. Hm. Eins, zwei, drei, vier... Oh, nö. Was denn? Jetzt hat nur eine Viererbreite. Da wär schon irgendwas Schlimmes. Wär das hier mittig? Oh ja, nee, das geht. Der muss weichen, der Stein. So. Äh. Ups. Einen wunderschönen Rahmen zieh. So. Erstmal hier aufwerfen. Aber wo würde ich das hinsetzen wollen? Vorzugsweise an einen der Seiten, ne? Da. So. Oh. Mein Pflasterstein ist alle. So. 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 Ah ja, das Aufwerten ist immer recht ruhig, ne? Ja. Denn erzähl doch mal was Schönes. Kann ich mal erzählen? Ja, hast du nichts erlebt heute? Okay. Ich war ja heute kurzzeitig bei meiner Schwester zu Besuch. Ja, da war ich mit. Gibt es eigentlich auch Stangen? In, äh, Halbrund so gesehen. Was hab ich? Kann man Stangen? Warte mal, das muss ich mal nachgucken. Das wäre natürlich mega geil, wenn man die rundsetzen könnte. Stangen. Stängel? Ne, leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Na gut. Bleibt das bei der Minecraft. Ach, hier muss ja auch noch einer weg. Oh, Jasmin. Oh, diese Denkbäder. Da war ich ein bisschen forsch unterwegs. Ungestüm, wie ich bin, habe ich hier direkt Pflastersteine draus gemacht. Oh, ich habe gar keine Rahmenform mehr. Ich habe tausend Steine schon verbraten. Mal sehen. Oh, ja. So. Äh, das ist soweit wunderschön. Oh. Dann würde ich sagen, ich kann ja mal ein bisschen auf die Uhr gehen, wa? Auf Switch. Ich koche gerade. Was gibt's denn Leckeres? Alles. Mach alles einmal ein bisschen durch. Hm, meine Enkersmahlzeit. Jasmin kocht. Ja. So. Da ist gar nichts los hier auf den Straßen, wa? Ist heute Sonntag. Noch mehr, das ist so ganz warm. Wisse. Oh, ja, wir haben ja bald Blutbund. Äh. Das wird wunderschön, Jasmin. Kam ja so voll, als hätten wir den erst gehabt, ey. Die Zeit fliegt. Ja. Die Zeit wiederholt sich, Jasmin. Oh, nein. Hilfe. Ja, toll. Sie hat geschrien. Hilfe, Jasmin. Und wer ist schuld? Du. Nee. Du hast sie nicht getötet. Weil du wieder unterwegs bist, auf Tour. Ist gar kein Problem, ich hab meine AK-47 Sturmgewehr. Okay, ich hab zweimal daneben geschossen. Oh, nee, ne? Ich geh sehr sparsam mit unserer Munition um. Mach Schatz das schon, oder? Ja, ja. Ja, ja. Äh, nochmal daneben? Ich kann ja erstmal warten, bis die sich gesammelt haben. Ich glaube nicht, dass du es schaffst. Das war ein glatter Headshot. Das war ein glatter Headshot. Da hatte ich damals im Sportunterricht immer Angst, dass ich auf dem Schwebebalken so ausrutsche. Ähm. Hä? Wo sind die denn? Das war's schon. Und das hast du nicht dir alleine hingekriegt? Sicher hätte ich das alleine hingekriegt. Also wirklich Patrick, ey. Also bitte, Jasmin. So, ich geh mal auf Tour, ne? Tschüss. Wiedersehen. Schlaf schön. Bring mir was Schönes mit. Du kannst dir mal ein paar Birnen mitnehmen. Wir bringen auch was. Birnen? Hm. Was kocht man daraus? Das kannst du so essen. Ein Birnensalat. Muss sowieso mal was speisen. Und ich hab nichts. Ein Glück hat die Eide gerade gekocht. Ich hab Bärenhunger, Jasmin. Bärenhunger. Oh, jetzt hab ich keine Kartoffeln mehr, ey. Ich könnte den ganzen, ganzen Gemüse einfach vertilgen. Scheiße. Warte mal, doch. Warte mal. Äh. Dose Erbsen hab ich auch. Erbsen. Salat. Erbsen. Da noch. Eine. Was war das noch? Ich hab Kartoffeln. Du rennst in die falsche Richtung. Hey, das ist mein Fleisch. Da bin ich aber garstig. Also nicht, Fräulein. Also wenn es ums Essen geht, da hört der Spaß auf. Die hat Arsch gegessen. Schön in der Schenke. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, der wird tot. Alter, mein Herz. Mein armes kleines Herz ist für diesen Stress nicht ausgelegt. Oh, bin ich doof, ey. Ein Glück, hab ich ganz lautlos diesem Baum gefällt. So. Dies einmal weg. Äh, Pflasterstein fehlt mir. Dann könnten wir ja ein bisschen Stein abbauen. Gegebenenfalls. Entschuldigung, Ma'am. Brauchen Sie Hilfe? Liegt hier so hilflos auf der Straße rum. B, B, B. Ja. Wir brauchen ein bisschen Pflastersteine. Wir brauchen ein bisschen Stein, nicht? So, ich geh mal in die Mine, ne? Einfamilien. Einfamilien. Ich werd hier einverminenlich arbeiten. Das ist wie einverminenlich. Verstehst du? Mine. Hm. Ah, ich hab jetzt gar keine, äh, Schokolade. Eine Schokolade? Ja. Hm. Mehr Ertrag in der Mine. Aber ich habe Punkte zu investieren. Oh, sechs Stücke sogar an der Zahl. Äh, haut da da. Geil. Jetzt hab ich noch fünf Punkte. Wo setzt man die rein? Leben vom Land. Kann ich nicht. Mh. Wirft bitte bitte. Kann ich immer nur nicht. So, ne schön. Geil. Jo, damit sind wir jetzt. Bigs traugerische Landwirte. Ich habe Leben vom Land voll gelevelt. Ach, Kartoffeln. Ja. Ein bisschen Blei. Ach ja, ja, ja. Aber Kartoffeln brauchen wir gleich mal richtig viele wieder. Äh. Aber nicht abbauen. Ich kann ja jetzt Samen draus machen. Kann ich das? Oder muss ich da wieder lesen? Oh, nö. Ich muss dafür schon wieder lesen. Äh. Ja. Auf jeden Fall habe ich hier erstmal viel gekocht. Ich brauche wieder Souser und Farming. Bin Charming. Oh, Goldnagel. Wenn ich das Skittles erzähle, der wird mir immer nicht glauben, nicht? Letztens habe ich ihm gesagt, du Skittles. Er so, ja. Ich so, weiß, was ich gefunden habe. Er so, nee. So, ein Goldnagel. Na gut. Er so, ach Quatsch. Ist nicht wahr. Ich so, ist ja wohl wahr. Und er so, nee. Hm. Krass, ne? Was Skittles und ich so erlebt haben. Ja. Ja. Oh nein. Ja. Wo ist die alte Kackbratze? Ey. Ich bin in der Miene und ich habe einen Namen. Nee, das meine ich nicht. Ja, ich möchte ja auch ein bisschen mit Respekt behandelt werden, Jasmin. Was ist sie denn? Ja, ich verlange ja nicht viel, ne? Aber... Du hast nicht geschrien, oder? Nee, nee. Ich war ganz still und bin hier meiner Arbeit nachgegangen, man. Mann, dich meine ich nicht. Oh nee. Sie hat geschrien. Hm. Du kommst klar. Ich bin mir sicher. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo... Ja, geh einfach auf den Balkon. Die kommen doch dann zu dir. Ja, bin ich doch schon. Ach so. Nee, von wegen, die kommst du mir. Die machen schon wieder irgendwas kaputt. Nein. Das täuscht. Nee, die sind in die Fallen gelaufen. Du kannst nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, ja? Du musst mal Vertrauen in die Menschheit haben. Auch wenn sie tot ist. Und wieder hier die Ecke. Ich verstehe es nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. Oh, man muss ich hier noch ein bisschen wegnehmen. Die Frage ist, wie breit kann ich gehen, ne? Ja. 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 Ich könnte die Decke ja abstützen, aber... Wollen wir das? Wollen wir das, Jasmin? Hm. Oh. Oh. Ich denke, dieser zweitklassigen Baumarkt-Barioter, da hat mich Rack wieder über den Tisch gezogen. Äh, Spitzhacke ist kaputt und ich kann sie nicht reparieren. Ich hab keinen Reparieren-Kit. Reparieren? Ja. Kit. Ich hab nix für die Reparatur, Kit. Was ist das? Nein, nein, nein. Na gut, dann komm ich wieder an die Erdenrohrfläche, ne? Man nützt ja nix. So. Jasmin! Warte mal, welcher Maulwurf aus seinem Loch gekrochen ist. Hm. Der in deinem Garten nicht. Ja. Na denn? Aber ich. So, du hast nicht genügend Ausdauer. Bitte verspeise alles, was Jasmin gekocht hat. Geht klar. Aber dafür kannst du gar nicht essen. Oh. Und ob ich das kann. Und ob ich das kann, Jasmin. Stein, Nägel, Knochen, Gold-Nuggets. Äh. So, Nitrat haben wir hier. Äh. Blei. Obwohl, wir sind ja jetzt in der Lage, noch mal ein paar Pflastersteine herzustellen. Das kommt mit nach oben. Oh, geil. Oh, 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 oh. Ähm. Ähm. Das ist Tement. Mass. So. Mein Krempel. Oh. Oh. Oh, Blastersteine. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern. So... Aber... Wir können ja außen schon mal die Rahmenformen sehen. Ach, verdammt. Wow. Oh, äh... Oh, es tut mir leid. So, einmal 100 Baublöcke. Dann fangen wir damit an. So... Dann kann ich hier nämlich schon mal eine Schmiede und einen Betonwischer hinschmeißen. Ein oder zwei Schmieden. Äh, wie hoch ist denn eine Schmiede? Weißt du das? Drei Blocke? Keine Ahnung. So... Dann können wir das einmal überlegen. Äh, das haben wir fertig. Dann können wir jetzt wieder... ...Plastersteine herstellen. Ich stelle jetzt... ...Plastersteine her. Ja, Pflastersteine. Alles, was ich dafür brauche, sind Steine und Erste-Hilfe-Kästen. Verbände. Wenn... ...Lastersteine. Ja... ... ... ... Ach ja, das dauert ein bisschen. Ich sollte die Pflastersteine vielleicht an einer Werkbank herstellen. Das heißt, ich bräuchte noch eine Werkbank. Hmm. Wie wollen wir uns den Raum aufteilen? Wenn wir sagen, wir setzen vielleicht hier hinten so komplett Kisten. Dann so einen kleinen Gang. Drei Kisten. Drei Kisten. Und hier Schmiede, Betonmischer, Werkbank und weiter. Oh, was ist passiert? Hm. Hast du wieder süffiges Wasser getrunken? Nee. Bist du dir sicher? Ja. Ach ja. Hm, was können wir denn hier noch? Können wir schon mal mit Holz ein bisschen? Ja, ne? Wollen wir nicht so untätig rumsitzen? Ähm. Was sagen wir? Und wenn wir den auf die Höhe setzen, erst einmal dann könnte man ja später, je nachdem, ob es von Nöten wäre, hier noch Mauern setzen, dass die hier nicht unbedingt drauf gehen. Oh, Jasmin, das dauert nicht mehr lange. Nee, da haben wir hier einen Blutmond, du. Oh, da träumst du von, du. Da wären wir hier. Ja, ja. Aber Spaß an Scheiße. Spaß an Scheiße? Ja, ja. Äh, wir werden Spaß an der Scheiße haben. Ich hab noch nie so viel beschissenen Spaß gehabt. Der Scheiß-Spaß amüsiert mich. Oh, ey, die will mich doch veräppeln, ey. Ist sie bei dir? Ich hab keinen Beton mehr. Oh, ja. Ist sie bei dir? Ja? Ja, jetzt hat sie wieder geschrien. Ich würde mich auch nicht nach Hause machen. Ich bin schon da. Ey, wo ist sie denn? Sie ist tot. Bauern wir nicht rum. Es hat keiner was gesehen. Ey, jetzt ist sie tot. Okay. Äh, lass mal auf den Balkon. Oh, das ist ja übersichtlich, ne? Oh, ich muss laden. Äh, irgendwo ist hier noch einer. Ja, die machen immer meine Fallen kaputt. Ja, den haben wir, den alten Jürgen. Äh, scheiß Jürgen da. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Ja, aber sie ist gerade gestorben. Oh. Oh nein. Das war die Krankenschwester. Hm. Oh. Die wollte doch nur helfen. Hab ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich noch einpflanzen, siehst du. Ach ja, ich hab ja immer noch keine Ahnung. Gut. Äh, für die Schmiede. Wenn ich die hier hinsetzen würde. Hm. Ich sag mal, hier kommen jetzt Kisten hin, ne? So, ganze Reihe runter. Vielleicht zwei freilassen. Und dann so. Ja, erst mal so. Genau. So. Und wenn wir hier die Kisten hinsetzen, dann können wir hier schon mal aufwerten. Hm. Die Schmiede hat eine Breite von drei, ne? Bergbank glaube ich auch. Oder ist die Schmiede nur zwei? Ich hätte jetzt mit ein bisschen mehr Platz gerechnet, tatsächlich. Und wenn man hier die Kisten, aber das wäre auch doof. Wenn man die lang runter macht. So, wie viel brauchen wir denn für eine Schmiede nochmal? Die Schmiede... Ach du. Wir brauchen da wieder einen Holzklotz. Ach du ordentlich nicht. Ach du kriegst die Tür nicht zu, Jasmin. Ein Holzklotz. Wir brauchen zehn Leder. Oh, ich muss mich mal strecken. Nein. Ach doch. Das lässt du bitte sein. Zu spät. Oh, ich find das kalt heute, ey. Du bist ein ganz schöner Rebell, ne? Ich muss mir gleich mal eine Jacke anziehen. Mir ist echt kalt. Ich brauch kurzes Rohr. Ha, hab ich immer dabei. Und ein Holzklotz. Den muss ich auch herstellen, ne? Holzklotz. Den haben wir auch da. So, schön. Dann können wir jetzt eine Schmiede herstellen. Dann brauchen wir noch einen Beton-Misher. Tement-Misher. Tement-Misher. Äh, 25 Eisen. Vier Schraubenfedern. Das sieht aber mager aus, Jasmin. Äh. Ich nehm mir jetzt mal ein bisschen Mais mit, damit der auch weg kann, weil der... Ich freue mich. So, aber wir können schon mal einpacken. Vier Schraubenfedern. Eins, zwei, drei, vier. Ein Motor. Oh, und zehn mechanische Teile. Hm, hm, hm. Ich brauch für alles immer Kartoffeln. Kartoffeln. Oh, das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile. Aber da können wir schon mal ein Bitpong herstellen. Hast du noch einen Grill gebaut? Ja. Damit ich mehr kochen kann. Mehr kochen? Ja. Das mehr kochen? Hm. Mehr... Oh, es ist hell. Noch mehr... Dann könnte man ja eigentlich mal losgehen, oder? Ja, können wir eigentlich in der nächsten... Ist das hell auch? Ja, 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 ja. Das ist hell. Uh, die Sonne blendet. Ah, ich seh gar nichts bei dem ganzen Nebel. Oh, hm. Meine Augen erblinden, Jasmin. Beton. Also, ich brauchte nochmal Stein, Lehm. Also, Lehm. So. Ja, ich würd gern noch, äh... Wieso sind eigentlich immer die Türen hier zu? Jasmin, ich heize nicht für drin. Hm. Da-da-da-da. Oh. Ein... Sementmischer. Geil. Oh, Jasmin, wir haben gleich noch einen Sementmischer. Ja. Mhm. So, Leben brauchen wir nicht. Äh, wenn wir auf eine Tour gehen, würde ich gegebenenfalls... Ja, da warte ich noch mit. Wir könnten ja wieder da hinten hingehen, wo wir letztes Mal waren, wo wir noch... ...sonst vorher noch nie waren. Weißt du? Wo wir die letzten Male zuerst waren. Hier rechts. Bei der Wiese. So läufst du die ganze Zeit auf der Treffe. Lauf ich nicht. Okay. Ähm... Ein Rudel Zombies. Hm. Drei. Kommen die her? Wir werden hier schnell verbraten. Äh, ja. Ein Rudel, da sind nur noch zwei. Drei. Drei. Oh, wow. Sehr viel. Ja. Man, die... So... Nein! Oh, ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Typisch Frau, keine Wertschätzung für handwerkliches Geschick. Oh, ich hab da ein Popo gesehen. Wie, wie, wie viel haben wir denn jetzt schon gespielt? Äh, kleinen Moment. Ich will hier nur noch einmal, äh, das Loch füllen. Ich möcht mir nur mal das Loch stopfen, Jasmin. Eins, zwei, drei, vier. Oh, Jasmin. Vier mal drei sind zwölf. Minus eins sind elf, ne? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, dann können wir, äh, einmal Probiant einstecken. Hast du da Bock drauf? Ich bin schon fertig, ich warte nur auf dich. Okay, ich komm nicht rein. Warte, 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 warte. Äh, das müssen wir tun. Wie viele Minuten haben wir schon gespielt jetzt? Nicht genug, Jasmin. Nicht genug ist es niemals genug. Äh, 39 Minuten? Also 30 Minuten so gesehen, ne? Wir sind ja noch nicht an der 40. Okay, wir sind an der 40. Ich hab wieder überzogen. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Äh, was muss ich noch mitnehmen? Essen, trinken. Ah, Steak. Haben wir keine Kartoffel mit Steak? Doch. Ja. Äh, und trinken. Haben wir auch trinken. Okay. Und Reparaturkit. Muss ich auch noch mitnehmen. Die hast du reingepackt gehabt. Haben wir die schon wieder aufgebraucht? Die hatte ich hier reingepackt. Da sind doch noch vier. Darf ich mir zwei nehmen? Ja, mach doch. Wollen wir nochmal schnell welche herstellen? Ja. Weil ich musste auch schon reparieren. Äh, geschmiedet Eisen, Klebeband. Der da drin, dann. Äh, Klebeband kann man nicht mehr. Müssen wir erst herstellen. Ach, dann lass uns erst mal los. Vielleicht finden wir ja noch. Ja, genau. So, aber ich würde sagen... Draußen ist Besuch. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber den einen? Nee, ich mein... Den Klebeband. Das Klebeband. Hä, wo ist er denn? Er ist der kopflose Reiter da unten. Ohne Pferd. Er ist ins Loch gefallen. Oh, die Leiche entsorgt. Wie ein Profi. Ha, Mafia-Attitüde. Hier ist irgendwo noch einer. Ja. Ich sehe die... Ach, da. Ich sehe nix. So, wunderschön. Da kommt noch einer. Diese Folge. Wo ist die Sau? Er versteckt sich zwischen den Bäumen, Jasmin. Richtung Südost. Auf elf Uhr. So, nächste Folge wird wieder ein bisschen spaßiger. Diesmal war ja wieder ruhig. Bauphasen sind halt ein bisschen ruhiger. Ich hoffe aber, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Bei den ruhigen Bauphasen vielleicht auch. Das wäre auch ganz schön. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Morgen moderiert Jasmin an.